Die Stimmen zum heutigen Spiel werden präsentiert von unserem offiziellen Energiepartner, den Stadtwerken Lübeck. Marius Hauptmann, herzlichen Glückwunsch. Derbysieg ist was ganz besonderes, denke ich, fühlt sich gut an. Definitiv. Ich glaube auch mit dem Sieg gegen Kiel, drei Tage vorher ist es jetzt ein guter Abschluss der eigentlichen Woche. Ja, war es auf jeden Fall. Zwei Derbysiege hintereinander ist schon klasse. Spitzenreiter, klingt auch gut. Macht das schon was mit euch oder ist der Zeitpunkt der Saison noch zu früh? Auf jeden Fall noch zu früh. Klar freuen wir uns, nehmen wir gerne mit, versuchen wir auch zu halten, natürlich. Aber wir wissen, dass die Saison noch so lange ist und dass wir noch einige Punkte holen müssen, damit wir auch am Ende der Saison da stehen. Bei dir persönlich wird auch ein kleiner Stein vom Herzen gefallen sein. Du hast schon viele gute Spiele gemacht diese Saison, hast auch schon ein paar Torchancen gehabt. Heute wollte dann auch endlich mal einer rein. Schon auch ein besonderer Moment dann, oder? Ja, auf jeden Fall viele Steine vom Herzen gefallen. Ich muss auch sagen, wenn ich den nicht mache, dann glaube ich, kann ich gleich ausgewechselt werden. Aber natürlich ein schönes Gefühl. Erste Tor und dann auch im Derby natürlich perfekt. Auch ansonsten waren viele gute Aktionen dabei, nachdem ihr zu Anfang auch eine schwierige Phase durchstehen musstet, weil die relativ viele Standards hatten. Wie hast du das erlebt? Ja, war ein bisschen komisch, ein bisschen wild. Manchmal kann es sogar nichts machen. Wir haben es eigentlich gut verteidigt, die ganzen Ecken. Davor müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viele kriegen. Wichtig ist aber, dass wir die alle gut wegverteidigt haben, kein Gegentor bekommen haben. Die hatten schon große Jungs dabei, auch kopferstarke Jungs. Deswegen müssen wir uns das anschauen, ein bisschen besser machen am nächsten Spiel. Aber wenn wir die weiter so verteidigen, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Ich glaube, nach so einem 4-0 lässt sich mit solcher Kritik relativ gut umgehen. Ihr seid dann auch heiß geblieben, sozusagen giftig geblieben. In der zweiten Halbzeit sah es dann schon sehr souverän aus, oder? Wie hast du es empfunden? Ja, also ich glaube, wir wussten, dass Phoenix viel über Zweikämpfe kommen wird, über Körperlichkeit. Haben wir, glaube ich, sehr gut gegen gehalten. Viele Zweikämpfe auch für uns entschieden. Viele auch gewonnen. Dann unsere Torchancen gut genutzt. Die zweite Halbzeit war, glaube ich, dann ein bisschen deutlicher. Wir hatten ein bisschen mehr Spielkontrolle, obwohl wir da auch noch ein paar Fehler gemacht haben, die wir vielleicht abstellen müssen. Aber ich glaube, alles in allem war es ein gelungener Auftritt. Drei Tage auch nach einem schweren Kielspiel, wo wir viel laufen mussten. Deswegen, glaube ich, können wir zufrieden sein. Jetzt hat der Trainer auch nicht nur zwei Tage freigegeben, wie im Trainingsplan stand, sondern hat noch einen dritten spendiert. Das macht das Feiern noch ein bisschen relaxter, oder? Definitiv. Wir haben ein bisschen darauf spekuliert, wenn wir beide Spiele gewinnen, dass es vielleicht so kommen kann. Es war natürlich die Freude groß dann im Kreis, als er es durchgesagt hat. Ja, nehmen wir gerne mit und dann versuchen wir ab Sonntag wieder auf das Spiel gegen Bremen 2 vorzubereiten. Jetzt darf man ja auch mal einmal kurz schon Richtung Sonntag gucken. Da steht auch noch eine Pokalauslosung auf dem Programm. Das haben wir ja bisher gar nicht thematisiert, weil es alles noch ein bisschen weiter weg war. Gibt es einen Lieblingsgegner für dich? Irgendwas, was du da gerne hättest? Eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, es muss auf jeden Fall einer aus der ersten oder zweiten Liga sein, ein Gegner. Am Ende, wenn es ein großes Los wird, dann natürlich gerne die Bayern. Aber ansonsten einfach schauen, was auf uns zukommt und dann versuchen wir natürlich die nächste Runde zu kommen. Wunderbar. Dann genieß erst mal die freien Tage. Danke, Marius Hauptmann. Danke. Felix Trinkut, herzlichen Glückwunsch. 4 zu 0 im Stadtderby. Perfekter Konzern am Kamm laufen, oder? Nee, stimmt. Also so jetzt vor allem mit dem Sieg gegen Kiel und jetzt noch gegen Phoenix nachgelegt. Jetzt zum ersten Mal Spitzenreiter. So deswegen, wie du schon sagst, könnte nicht schöner sein gerade. Spitzenreiter haben wir eben schon bei Marius gehört. Ist noch relativ früh in der Saison, deswegen vielleicht noch nicht die ganz große Bedeutung. Trotzdem nimmt man es schon mit und registriert es und freut sich drüber, oder? Klar. Also ich meine, man hätte natürlich auch anders in die Saison starten können mit weniger Punkten, sodass man schon von Anfang an hinterher rennt. So deswegen freut man sich natürlich auch, dass man jetzt gut gestartet ist, jetzt zum ersten Mal Spitzenreiter ist. Aber, wie Marius wahrscheinlich auch schon gesagt hat, ist die Saison natürlich noch sehr lang und noch können wir uns davon nichts kaufen. Aber wie du schon gesagt hast, der Start ist einfach gelungen. Man hört auch, dass in der Kabine noch gefeiert wird, das dann auch zu Recht. Du selbst bist auch richtig gut in die Saison gestartet, machst heute auch wieder ein Tor, bist auch an vielen guten Offensivszenen beteiligt. Wie fühlt es sich an im Moment für dich? Es macht einfach Spaß auf dem Platz zu stehen, auch egal auf welcher Position jetzt. Es ist angefangen ja im Sturm in der Saison, jetzt ist Mats wieder fit geworden, jetzt auch außen. Und es macht einfach Spaß. Also generell mit der Mannschaft macht es Spaß und positionsspezifisch ist es auch eigentlich egal. Ich glaube einfach, dass wir eine extrem große Leidenschaft auf dem Platz bringen und jeder für jeden kämpft. Und wir dann uns selber belohnen und mit einem Sieg macht es natürlich immer noch mehr Spaß auf dem Platz zu stehen. Dein Torjubel ist der eiskalte Torjäger sozusagen auf der Videowand immer und auch bei Facebook. Das war es doch heute auch wieder, also allein vor dem Tor und dann einfach mal lupfen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Beim Lupfen oder bei dem Jubeln? Nee, bei dem Lupfer. Also ich habe erst gedacht, okay, den schiebst du ins lange Eck. Aber dann habe ich gesehen, dass der Torwart rausgestürmt kam. So und dann habe ich es einfach mal versucht, weil ich mein Stand E 3-0. Und ja, es freut mich natürlich, dass ich auch auf dem Platz bleiben durfte, weil der Trainer hat mich irgendwann mal gefragt, ob die Beine noch funktionieren. Und dann meinte ich, ja, ich will nicht ausgewechselt werden und dann konnte ich das zum Glück mit einem Tor noch zurückgeben. Ja, und jetzt sind drei Tage frei. Ja. Man hört in der Kabine schon, es ist noch ein bisschen Partystimmung. Die darf dann an so einem Abend nach zwei Derbysiegen in Folge auch sein, oder? Ich denke, ja. Also jetzt haben wir, glaube ich, wie gesagt, erst mal drei Tage frei. Da kann man dann erst mal so ein bisschen runterfahren nach der englischen Woche. Ja, und dann am Wochenende wieder gucken, was die Konkurrenz macht. Aber jetzt sind so, glaube ich, erst mal so die ein, zwei Tage zum Feiern da und zum Regenerieren. Und dann geht es wieder darum, den Körper auf Hochton zu bringen. Frage ich bitte auch noch mal nach. Am Sonntag ist ja nun auch Pokalauslosung. Das war bisher alles immer noch relativ weit weg, weil so viele Spiele dazwischen standen und die Runde, die erste Runde ja so weit auseinandergezogen war. Mit welchen Gefühlen blickst du darauf auf die Auslosung? Auch gar keinem. Also ich nehme es einfach so, wie es kommt. Ich habe die Frage vorhin auch schon beantworten müssen. Da habe ich gesagt, gerne ein Zweitligist. Ich glaube gegen Leipzig, Teutonia hat man gesehen, wie es auch mal schnell aussehen kann. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe lieber einen Zweitligisten, wo man an einem guten Tag das Spiel wieder lange offen hält, hier einen Hexenkessel hat und einfach versucht, alles in die Waagschale zu werfen, nichts zu verlieren und vielleicht wieder so einen Lucky Punch setzen und nochmal eine Runde weiterkommen. Das ist natürlich jetzt weit gesponnen, aber deswegen lieber ein Zweitligist, weil ich glaube gegen ein Erstligisten wird es dann doch nochmal schwerer. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Felix trinkt gut. Danke und schöne Feier noch. Dankeschön. Ja, Mats Vaklam, herzlichen Glückwunsch. Zwei Derbysiege in Folge. Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich super an. Also ich meine, das haben wir uns vorgenommen, das wollten wir unbedingt und ja, haben wir auch geschafft. Nun war es heute ein Spiel, was ja durchaus schwierig war zu Anfang, oder? Mit relativ vielen Standards für den Gegner, wo er erstmal reinfinden sollte, trotz 1-0. War es offen lange Zeit? Wie hast du es erlebt? Ja, es war wie erwartet, das kämpferisch betonte Spiel. War sehr intensiv, sehr viele Zweikämpfe. Ja, Phoenix hatte dann am Anfang eine Phase, wo sie gefühlt sieben Standards hintereinander hatten. Die haben wir aber alle gut wegverteidigt. Ja, und dann im Endeffekt haben wir unseren Job gemacht. Haben wir es gut gezogen und das ist auch gut so. Gefühlt seid ihr im Moment da eiskalt, nutzt relativ viele von den Chancen, die sich bieten. Auch du als Stürmer bist da ja immer mittendrin. Das ist einfach eine Qualität, die ihr euch erarbeitet habt inzwischen, oder? Ja, ich denke, wir haben viele Spieler, die wissen, wo das Tor steht. Ja, und ich finde, uns zeichnet aus, dass wir uns Chancen erarbeiten und die dann halt auch nutzen. Und das ist sehr, sehr wichtig und auch sehr gut. Du hast auch wieder getroffen. Das ist für einen Mittelstürmer, glaube ich, auch immer ein guter Tag dann, ne? Ja, natürlich, natürlich. Also ja, im Endeffekt ist es mein Job zu treffen, habe ich gemacht. Und das freut dann natürlich, vor allen Dingen, wenn die Mannschaft dann auch noch gewinnt. Ja, und das dann ja am Ende auch souverän, weil in der zweiten Halbzeit war dann, glaube ich, auch keine Gefahr mehr. Oder wie hast du es erlebt? Ja, Phoenix hatte am Ende noch ein paar Chancen, aber ich denke, wir haben das gut runtergespielt, haben verdient gewonnen. Und so lässt sich das auf jeden Fall gut angucken. Jetzt seid ihr das erste Mal Spitzenreiter, das habe ich die anderen Jungs eben auch schon gefragt. Es ist noch relativ früh in der Saison, trotzdem gut anfühlen tut es sich erst mal. Hat es schon irgendeine Bedeutung? Noch nicht wirklich. Also ich meine, wir haben sechs Spiele gespielt erst, da kommen noch einige Spiele. Aber es ist natürlich schön, wenn man jetzt schon oben stehen kann. Und jetzt wollen wir hoffen oder wollen wir versuchen, dass wir den Platz da oben auch festigen. Dafür gibt es jetzt erst mal drei Tage frei, um ein bisschen runterzukommen und ein bisschen auch vielleicht den Moment zu genießen. Wie sieht das bei dir aus? Machst du heute noch richtig Party oder legst du die Füße hoch oder wie dein Plan für so eine dreitägige Phase? Gute Frage. Heute ist ja Mittwoch, da ist ja nicht so viel offen, aber bisher ist noch nichts geplant. Mal schauen. Also ja und sonst mache ich zu Hause was mit Freunden, bin am Samstag dann wieder mit dem HSV, aber sonst nichts groß geplant. Und dann steht am Sonntag ja noch die Auslosung zum DFB-Pokal auf dem Programm. Haben wir ja bisher nicht so thematisiert, weil war noch ein bisschen hin, waren noch ein paar wichtige Spiele dazwischen. Jetzt kann man ja schon mal gucken, du als Hamburger, lieber HSV oder St. Pauli? Oder gibt es noch einen ganz anderen Wunschgegner? Nee, am liebsten HSV. Also ich denke, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir gegen HSV spielen würden. Und auch eine kleine Chance haben vielleicht sogar weiterzukommen, meinst du? Hoffentlich. Mal schauen, wen wir bekommen, aber HSV wäre schon cool. Ja, schauen wir mal, was der Sonntag so bringt und dann erstmal danke und genießt die freien Tage, Mats Verklang. Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020